Jo, probier mal Scheiße Nein Sorry Egal, du bist jetzt auf Pfand Leck mich, ey Auf Pfand Ja, egal Wie du bist runtergefahren, du Saugsacke Wir fahren hier runter Harmlos, ne? Ja, sieht doch schlimmer aus, wie siehst Also früher war das steiler irgendwie Hier runter dann Oh Scheiße Kontaktlinse voll verrutscht, ey Ich hab gebremst Danke schön Ach du, du links Hier aber Rest, hier Rest, hier Rest Ja Achtung Achtung Da sehste, Achtung Ja, der stoppt halt Ja, ja, weiter weiter Ja Da sagt er zu dem mit dem 800er Lenker gehen wir vorbei Ich glaube, wir sind falsch abgebogen Boah Boah Leute, Kontaktlinse Ja Ich glaube, wir sind vorne falsch abgebogen Ja 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 Ich glaube, wir fahren heute wie die Lemminge Was ist los mit dir Flo Keine Ahnung, ich hab das Vollrad verhubt Oh, das haben wir mal hier runter Ja Ja Nee, wirklich nicht Was heute schon abgegangen ist Das ist echt nicht mein Tag heute Alter Das ist doch Ja, immer nur geradeaus Fahrt Alter Ich fahr heute den Scheiß zusammen Wollt ihr hier nicht vorbei? Sag mal Ja 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 Aber die ganze Zeit schon langsam gemacht, wenn ihr da vorbeikommt Ja 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 Ja, das ist nur kurz, jetzt bist du bang davon und dann abwärts Das ist halt mein Fitnessstudio Ja So, ab jetzt gehst du nur runter Fahr vor, fahr den Fahr mit einer Couch berghoch Hab ich doch schon, hab ich doch früher schon alles Na ja, mit einem Kilo weniger Ja Echt, in die Fresse Was Ja Hatt ich das Problem nicht schon, oder? Descha-vue Wenn man falsch abbiegt Ja Ah, schon lange bevor auf Ja, jetzt kommt er. Es sagt ja, es ist ein Schuss. Oh, oh. Ja, es ist schon da. Es sagt ja, es ist schon da. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ich muss wieder mehr fahren. Oh, oh. Dankeschön. Alter, ich hatte keinen Meter mehr im Kopf gehabt. Ja, Flo, egal man. Einfach fahren. Ja, irgendwie habe ich da und rechts rum. Ja, irgendwo. Ja, irgendwo. Ja, hier. Ja, hier. Ja, hier. kommst du noch raus? nö, ich bin der Letzter schönen Tag sollten wir vielleicht mal eine andere Spur angewöhnen haben nicht von wegen ich bin der Letzter, sondern ich bin das Letzter erst kommt der Abschnitt, wo ich Hass da habe ich so Panik, als auf dem letzten schmalen Stück Dankeschön 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 Ah, ich weiß nicht, wie ich hier riebe. Woop! Oh! Ich kann es trotzdem noch mal schauen, ich gehe jetzt auf den Außenweg! Dann gehen wir jetzt raus und weg! So! 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 Dankeschön! So! 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 Nö, ich bin so weit hinten gewesen! Nix sehr! Ja, Treppen! Ja, Treppen! Auf den Kappenhausen! Auf den Kappenhausen! Auf den Kappenhausen! Auf den Kappenhausen! Die Endstufen sind mir brutal, Alter! So, ich habe ihre drei Stücken mit dem Vorderrad zu gewonnen! Mit dem Vorderrad? Ja! Ja! Ich habe den Kappenhausen! Ich habe den Kappenhausen auf den Kappenhausen! Diefst! Kurze Fahrt noch, oder? Die ist ohne so heftig, ne? Ja! Kurze Frage! Treppe, Treppe oder Treppe? Ja! Ja! Gut, keine Ahnung! Sau gute Ahnung! Markus, fahren wir Treppe? Oder fahren wir Treppe? Treppe! Oder nehmen wir die Treppe? Treppe! Erste, zweite oder dritte Treppe? Ja, alle Treppe, oder? Ja, alle Treppe geht nicht! Alle Treppe geht nicht! Die lange, die letzte lange Treppe! Die letzte lange? Ja! Gehen wir heute! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Ich habe einfach nicht so wenig Luft drin, dann an die Bremsen zu hart. Da hätten wir gar nicht rein gehen können, die haben ja auch gesperrt. Ich mache aber gemütlich. Ja, ja, dann fahren. Ja, die Treppen sind ja auch... Ich glaube, jetzt sind wir Bremser eingebremst. Also im Wald sind 1,4 bar vorne geiler. Ja, aber falsch, scheiße. Da fahren wir da auf den Parkplatz, fahren wir da auf den Parkplatz, fahren wir da auf den Parkplatz.